Erste private Mondlandung kippt um. NASA-Nutzlast rettet Intuitive Machines in letzter Minute den Arsch. SpaceX bricht Starship Wetdress Rehearsal wiederholt ab und bringt Hardware zurück in die Halle. ULA vor letztem Delta-4-Heavy-Start. SpaceX möchte direkt danach das Pad für Starship-Starts übernehmen. Japan startet Mission zur Beseitigung von Weltraumschrott. Vada-Kapsel mit Weltraumarznei kehrt heil zur Erde zurück. Hardware für Ariane 6, Erststart jetzt in Kuhu. New Glenn-Prototyp auf Startrampe für Betankungstests, das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ich muss gestehen, ich wurde etwas nervös, als Starship wieder auf dem Booster stand. Nun ist aber erst einmal ein bisschen Ruhe. Am 18. Februar wurde das Starship 28 von Booster 10 heruntergenommen. Booster 10 ist mittlerweile in der Megabay am Bauplatz, während Ship 28 vermutlich auf einen startischen Feuertest vorbereitet wird. Ich hatte ja bereits darüber berichtet, dass mehrere Raptor-Triebwerke kurz vor dem Fullstack ausgetauscht wurden. Der Grund des Austauschs, der ist weiter nicht klar. Aber es scheint logisch, obwohl Ship 28 ja bereits mehrfach Cryo und Feuer getestet wurde, dass die Triebwerke ausgetauscht wurden und man deshalb einen startischen Feuertest jetzt doch nochmal anstrebt. Aktuell gibt es leider immer noch nichts Neues zu einer Startlizenz für den dritten vollintegrierten Flug des Starships. Ich gehe aber stark davon aus, dass es in den nächsten Wochen soweit ist und dass der Flug dann die geplanten Orbital-Parameter erreichen wird und damit als letzter Testflug vor regulären Flügen in den Orbit mit Nutzlast steht. Wiederverwendung ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Jedoch bei der Anzahl an Hardware, die wir aktuell in der Starbase haben, da sollte auch ohne Wiederverwendung noch einige Starts in diesem Jahr möglich sein. Wie Eric Berger von Ars Technica berichtet, arbeitet die FAA aktuell daran, neun Starship-Starts für Boca Chica dieses Jahr zu ermöglichen. Aktuell hat SpaceX ja nur eine allgemeine Erlaubnis für Starts von bis zu fünf vollintegrierten Starship-Paketen aus der Starbase in Boca Chica. Es ist absehbar, dass bei der Logistik für die Starts- und die Vorstart-Tests der Meccasilla-Startturm und der Starttisch das Nadelöhr werden, naheliegend, dass man diese Kapazitäten verdoppeln möchte. Die vier Turmsegmente für den neuen Starship-Start- und Fangturm in der Starbase sind in Texas nun angekommen. Die in Florida gebauten Turmsegmente wurden auf dem Seeweg in knapp zwei Wochen in den Hafen von Brownsville geschleppt. Apropos Gewässer und Seeweg. Interessante Formalie. SpaceX darf zukünftig die Gewässer der Bahamas nutzen, um seine Booster auf Drone-Ships zu landen. Bei Starts in nördliche Richtung waren Bergungen der Booster ja wegen schwieriger Wetterlagen im Nordatlantik, gerade im Winter, immer wieder problematisch. Bei Starts nach Süden musste wiederum leichte Umwege geflogen werden, was sich negativ auf die Performance der Falcon-Raketen ausgewirkt hat. Noch eine weitere SpaceX-News. Nächste Woche Freitagmorgen soll die NASA-Mission Crew 8 zur ISS starten. Das Dragon-Raumschiff Endeavour, das befindet sich jetzt in Florida und ist laut SpaceX bereit für seinen sechsten Flug. Apropos Florida. SpaceX will ein weiteres Startpad von ULA übernehmen. Es geht um den Space Launch Complex 37 in der Space Force Base in Cape Canaveral. Von dem PET, da wird jetzt im März noch der allerletzte Delta-4-Heavy-Start stattfinden, bevor die ULA das PET an die Space Force zurückgibt. Die könnte sich dann auf die Suche nach einem neuen Pächter machen. SpaceX ist wohl interessiert und möchte die Startanlagen zu einem weiteren Starship-Start- und Landeplatz umrüsten. Neben den Bauarbeiten, die selbst mit SpaceX-Geschwindigkeit mehrere Monate dauern, dürfte die Prüfung der Umweltverträglichkeit wohl die meiste Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe es den Schutzengeln schon gesagt. Aus Boca Chica wird endlich Hashtag Moe Kachica. Wir fliegen für euch jetzt im März nach Boca Chica, um vor Ort für euch zu berichten. Ob das mit dem Starship-Start überlappt, das ist noch nicht sicher. Aber geplant ist auch ein Raketenstart von Florida tatsächlich dann mein erster Raketenstart, den ich von vor Ort fühlen und hören kann. Apropos lautstark. Schon als Teenager habe ich meine Kumpels und auch die Nachbarn mit einem Teufel-Konzept im Magnum beeindruckt. Teufel boxen seitdem immer in guter Erinnerung und ich habe da auch immer mal wieder zugeschlagen. Deshalb habe ich dann Teufel einfach mal gefragt, ob sie Interesse an einer Kooperation mit dem Reichsstaater hätten. Ja, und was soll ich sagen? Sie hatten und haben mich dann direkt nach Berlin eingeladen, wo übrigens auch die Entwicklung von Teufel sitzt. Ja, um alles mal Probe zu hören, was Teufel so zu bieten hat. Super sympathisch, Teufel entwickelt und vertreibt selbst. Auch deshalb ist Teufel ja schon immer für sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Im Berliner Flagship-Store, da konnte ich in einem Kinoraum unterschiedliche Boxen und unterschiedliche Konfigurationen Probe hören. Das Teufel-Team, das war ultra vorbereitet. Und so war tatsächlich meine ganze Lieblingsmusik und meine Lieblingsfilme auf der Kurzwahltaste. Das war übrigens keine VIP-Behandlung. Wenn ihr Bock auf ein neues Heimkinosystem habt, einfach mal mit meinem Link einen kostenlosen Termin bei Teufel online buchen und dann habt ihr das Kino mit erstklassiger Beratung ganz für euch. Bei mir verging die Zeit wie im Flug, auch weil mir die Produktspezialisten die technischen Raffinessen der unterschiedlichen Lautsprecher erklären konnten. Gerade bei guten Boxen, die man 10, 20 und mehr Jahre nutzen möchte und auch kann, sollte man sich sehr gut braten lassen. Welches Set ich mir letztendlich ausgesucht habe, das verrate ich euch nächste Woche. Ich kann es kaum erwarten, das Set bei mir in Betrieb zu nehmen und vor allem auch meinen Jungs vorzuführen. Das sind übrigens noch die gleichen wie damals in der Pubertät. Es leben die Männerfreundschaften. Hier geht ein großes Dankeschön an die Berliner Firma Teufel, die euch heute das Video präsentiert haben. Nutzt ganz kräftig meinen Link unter dem Video und schaut mal, was der Lautsprecher-Spezialist Teufel auch für euch hat. Weitere Details findet ihr unter dem Video. Der Intuitive Machines Mondländer Odysseus ist heil auf dem Mond gelandet, wenn auch umgekippt. Dazu gleich aber mehr. Wir haben uns das Ganze am Donnerstag später Abend zusammen live angeschaut. Die Landung war dann am Freitagmorgen. Ziemlich brisant. Eine NASA-Nutzlast hat die Mission gerettet, denn der Laser-Entfernungsmesser des Länders, der hatte nicht funktioniert. Das Problem wurde durch einen Zufall entdeckt, da man in einem nicht geplant elliptischen Orbit den landeigenen Laser testen wollte, wie genau denn jetzt die Umlaufbahn aussieht. Normalerweise wäre der Laser erst fünf Minuten vor der Landung eingeschaltet worden. Dann hätte die Mission mit Sicherheit als Krater geendet. Besonders bitter ein Sicherheitsschalter, der bei der Integration die Augen der Monteure vor dem Laser schützt, der wurde am Boden vergessen, wieder umzulegen. Nur Stunden vor der Landung hat man festgestellt, dass die NASA-Nutzlast in das Navigationssystem des Länders integriert werden kann. Laut Tim Crane, dem Chief Technology Officer von Intuitive Machines, würde er so ein Software umschreiben, also sie haben da ein Software-Update gemacht, um diese NASA-Nutzlast in die Flugsteuerung des Länders zu integrieren. Das würde normalerweise in der Raumfahrt einen Monat dauern. Das Intuitive Machines Team, das hat das in anderthalb Stunden geschafft. Da fehlt für mich nur noch die Mission Impossible Musik. Cool auch für die NASA. Durch das Einspringen des NASA-LIDARs konnte das Technologie-Reife-Level von 6 auf 9 angehoben werden. Damit ist die Technologie jetzt erprobt und bereit für den Einsatz auf zukünftigen Missionen. Am Freitagabend, 23. Februar, knapp 24 Stunden nach der Landung von Odysseus, gab es dann endlich die NASA-Pressekonferenz. Vorab die Ernüchterung, es gab keine Bilder. Man lieferte aber eine Erklärung für die Kommunikationsprobleme bei der Landung nach. Der Lander ist schneller gelandet als geplant und hatte zusätzlich horizontale Geschwindigkeit. Wahrscheinlich erfolgte der Erstkontakt mit einem der Beine und der Lander ist dann umgekippt und liegt nun auf einer Seite und wahrscheinlich auf einem Stein, denn er ist leicht erhöht. Sehr anschauerlich demonstriert von Intuitive Machines Geschäftsführer Steve Altemus. Ich gehe davon aus, dass daraus ein Space-Meme wird. Das Bild ist einfach zu köstlich. Die genaue Position soll mit dem Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA in den nächsten Tagen aus dem Mondorbit bestimmt werden. Zwar hatte Intuitive Machines im Laufe des Freitags erst bekannt gegeben, der Lander stehe aufrecht. Das war aber eine Fehleinschätzung, basierend auf einer veralteten Telemetrie aus einem Treibstofftank. Der Lander hat bisher leider keine Bilder zurückgesendet, da die Kontrolleure daran arbeiten, die Funkgeräte von Odysseus neu zu konfigurieren. Tim Crane, der Chief Technology Officer von Intuitive Machines, der auch an den Coms während der Landung war im Livestream, der sagte, wegen der Seitwärtslage funktionieren zwei der vier Antennen nicht richtig und man wolle erst den Funkkontakt stabilisieren, bevor man im großen Stil Daten aus dem Lander laden werde. Die wissenschaftlichen, kommerziellen und NASA-Nutzlasten funktionieren wohl und haben während des Flugs zum Mond und während des Abstiegs zur Oberfläche wohl gut Daten gesammelt. Großer Downer, die von den Studenten gebaute Eagle Cam, die eigentlich etwa 30 Meter vor der Oberfläche entfernt vom Lander ausgestoßen werden sollte, die wurde nicht in Betrieb genommen. Das soll mit der Last-Mittal-Anpassung der Landessoftware zusammenhängen. Die Eagle Cam soll jetzt im Laufe der nächsten zehn Tage ausgestoßen werden und soll so Bilder des Schlagseitenländers liefern. Ich gestehe, ich hatte mir, was Bilder angeht, mehr erhofft. Es wird höchste Zeit, dass es Livestreams dieser Landung gibt. Allerdings werden wir uns da wohl noch ein bisschen gedulden müssen, bis es ausreichend Relais-Kapazitäten im Mondorbit gibt. Tatsächlich ist Mond-Südpol auch gar nicht so einfach, was Funkkontakt angeht. Aber da müsste ich vielleicht mal ein Video dazu machen. Trotz Umkippen, ja, es war die erste weiche Landung einer kommerziellen Sonde auf dem Mond und damit schon auch historisch. Außerdem mit 80 Grad südlich auch die am nächsten zu einem Mondpol. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum es so gute Aufnahmen der letzten amerikanischen Landung wie zum Beispiel Apollo 17 gibt, ja, das meiste Material war Filmmaterial, das zusammen mit der Crew zur Erde gebracht wurde. Dass es trotzdem damals auch per Funk geht, zeigt aber der finale Aufstieg von Apollo 17. Der wurde nämlich mit der Kamera des Rovers gefilmt und zur Erde gefunkt. Ja, hoffen wir auf eine gute Funkverbindung von Odysseus und auf nachgereichte Bilder. Wichtig für die NASA vermutlich, wenn auch verkippt, hat der Länder keinen weiteren Mondkrater gehauen. Mit dem Commercial Lunar Payload Services Programm ist die NASA ein großes Risiko eingegangen. Die NASA hat über zwei Milliarden Dollar für das Programm eingeplant, um unterschiedlichste Firmen für Frachtflüge zur Mondoberfläche zu beauftragen. Dabei können die Firmen dann selbst bestimmen, wie sie das eigentlich anstellen wollen und wie sie damit Geld verdienen wollen. Nachdem der Peregrine Lander kurz nach dem Start sein Antriebssystem fast komplett verloren hatte und so nicht mehr landen konnte, wurden bestimmt auch die ersten Verantwortlichen bei der NASA nervös, wie lange denn der politische Support für das Programm anhalten würde. Intuitive Machines hat übrigens 118 Millionen Dollar für die Mission von der NASA bekommen. Ja, die NASA, die verspricht sich von dem Programm, dass Privatfirmen ertüchtigt werden, Lieferdienste zum Mond bereitzustellen, die dann von der NASA viel günstiger eingekauft werden könnten, als wenn die NASA diese Mission komplett selbst entwickelt. Genau mit diesem Ansatz wurde ja der Frachttransport zur ISS revolutioniert und ebenso die Beförderung von Crew. In Europa arbeitet übrigens die Exploration Company an Frachtdiensten für unter anderem auch den Mond. Nicht nur daran, sondern auch an Fähigkeiten, Hüpfer auf den Mond durchzuführen, um so die Reichweite von Nutzlasten zu vergrößern. Mein Interview mit der Gründerin von The Exploration Company, Elaine Ubi, eine sehr inspirierende Frau. Das Interview, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Und hier ist noch eine Korrektur fällig. Ich hatte im Livestream etwas deprimiert gesagt, die ESA würde Mondlandung noch nicht mal planen. Das ist nicht korrekt. In den frühen 30er Jahren soll eine Ariane 6 den European Large Logistic Lander Argonaut zum Mond bringen. Ich bitte, den Fehler zu entschuldigen. Die Kapsel von Vardar Space Industries ist am 21. Februar heil an einem Fallschirm in der Wüste von Utah gelandet. Die von Vardar entwickelte etwa 90 Kilogramm schwere Kapsel ist im Juni 2023 auf SpaceX-Transporter 8 Reich-Emissionen gestartet. Im niedrigen Erdorbit manövriert und letztlich den Wiedereintritt eingeleitet, hatte eine modifizierte Photon-Kickstage der Firma Rocket Lab. Vardar hatte eigentlich geplant, die Kapsel schon Mitte Juli zurückzubringen, stieß jedoch auf Verzögerung beim Erhalt einer kommerziellen Wiedereintrittslizenz von der Federal Aviation Administration, kurz FAA, aber auch von Genehmigungen von der US Air Force, die für das Landegebiet zuständig ist. Eine nachfolgende Mission, die soll in Australien landen, was laut Vardar administrativ einfacher ist. Während der jetzt zurückgekommenden Testmission wurden Technologien getestet für das Herstellen von Arzneimitteln im Weltraum. Konkret ging es um die Kristallisation von Retonavir, einem Arzneimittel aus der HIV-Therapie, das auch in anderen Arzneimitteln für die Therapie von Viruserkrankungen dient. Vardar wird die Kapsel zur Analyse zurück an seinen Hauptsitz in Kalifornien schicken, während die Retonavir-Proben an ein Pharmaunternehmen zur Analyse weitergegeben werden. Vardar und Rocket Lab planen eine zweite Mission für diesen Sommer. Apropos Rocket Lab, mit einer Rocket Lab Electron wurde diese Woche eine Sonde der japanischen Firma Astroscale gestartet, um eine ausgebrannte H2-Oberstufe im niedrigen Erdorbit zu inspizieren. Ziel und Zweck, das Entfernen von unkontrolliertem Weltraumschrott, zumindest das langfristige Ziel. Die Mission mit dem wenig griffigen Namen Active Debris Removal by Astroscale Japan, kurz ADRAS-J, ist die erste Phase des japanischen Commercial Removal of Debris Demonstration-Programms der japanischen Weltraumagentur YAKSA. Die zweite Phase des Programms soll eine Sonde zur Oberstufe schicken, um sie dann aktiv aus der Umlaufbahn zu entfernen. Weltraumschrott, Riesenthema, das bringt uns auch zum nächsten Thema. Der bereits 1995 gestartete europäische Erdbeobachtungs-Satellit EAS-2 ist am 21. Februar um 18.17 Uhr MEZ über dem Nordpazifik wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. Laut ESA wurden keine Sachschäden durch den unkontrolliert eingetretenen Satelliten gemeldet, also ist wohl noch mal gut gegangen. Aktuell kann man das nicht so wirklich glauben, aber Europa hat mal viele Raketen und viele Satelliten gestartet. Kleiner Seitenhieb wegen der Launcher-Krise. Ja, das war noch in einer Zeit, in der man sich über den Verbleib nicht fürchterlich Sorgen gemacht hat. Heute dagegen, da will die ESA bei Vorschriften für die verantwortungsvolle Nutzung des Erdorbits vorangehen. Denn obwohl beim Thema Weltraumschrott aktuell eher über Konstellationen wie Starlink gesprochen wird, kann da die Vergangenheit Europa noch einholen. Besonders kritischer Kandidat für Weltraumschrott, zum Beispiel der größte je gestartete ESA-Satellit Envisat. Der 25 Meter lange Satellit, der ist seit April 2012 ausgefallen und ist aufgrund seiner großen Masse, über 8 Tonnen beim Start und relativ geringen Oberfläche, trotz der relativ niedrigen Umlaufbahnen langen Anhalt das Risiko für die Raumfahrt. Envisat ist echt ein guter Kandidat für eine aktive Entsorgung, sobald die Fähigkeiten dafür auch in Europa zur Verfügung stehen. Letztes Jahr hatte ich ja darüber berichtet, dass das Ziel für die erste europäische Debris-Removal-Mission Clearspace 1, die 2026 starten soll, selbst von Weltraumschrott getroffen wurde. Dabei geht es um einen Nutzlast-Adapter einer europäischen Vega-Rakete. Aber auch viele alte Ariane 4 und Ariane 5 Oberstufen sind unter anderem noch da oben. Heute ist das Entsorgende Oberstufen ja eigentlich gängige Praxis, aber nicht alle führen sie aktiv durch. China öfter zum Beispiel mit der Lange Marsch 5 in den Schlagzeilen. Aber auch die Rocket Lab Elektron zum Beispiel, die macht das wegen der geringen Performance oft mal nicht. Wie bei der Lange Marsch 5 konnte man Ariane 5 Oberstufen ja nicht erneut starten, um sie aktiv zu entsorgen. Das wird sich mit der Ariane 6 aber ändern. Dann sind sowohl Wiederzündungen und damit komplexere Missionen als auch aktive Entsorgung der Oberstufen möglich. Das bringt uns zur Ariane 6. Das Frachtschiff Canopy hat die Haupt- und Oberstufe der Ariane 6 für den Erstflug zu ihrem Startplatz in Französisch-Guiana geliefert. Nun beginnt die vollständige Integration der verschiedenen Komponenten der Ariane 6. Dieser Prozess wird voraussichtlich bis April andauern. Danach wird die Rakete dann zum Startpad transportiert, um die letzten Vorbereitungstests für den Start abzuschließen. Wenn alles gut geht, soll der Jungfernflug der Ariane 6 dann im Juni stattfinden. Für die Test-Nutzlast muss kein genaues Startfenster erwischt werden. Und man hat so einen Sicherheitspuffer bis Ende Juli für den Erststart eingeplant. Ein Großteil der kommerziell verkauften Ariane 6-Starts sind ja 18 Start für Amazons Satelliten-Internet-Konstellation Köper. Ja, wie die Verträge da aussehen, das wissen wir nicht. Aber es wurden sehr wahrscheinlich, so hört man zumindest aus Branchen, Insider-Kreisen, Vertragsstrafen vereinbart, sollte die Ariane 6 nicht rechtzeitig liefern. Etwas weniger Sorgen um Vertragsstrafen muss sich vermutlich das Raumfahrtunternehmen des Amazon-Gründers Jeff Bezos machen. Dessen erste Orbitalrakete New Glenn soll 12 Köperstarts liefern, mit Optionen auf 18 weitere. Mit 45 Tonnen Nutzlast in den Leo könnte die Rakete sobald einsatzbereit ganz ordentlich Fracht befördern. Ja, und in das New Glenn-Programm, da kommt endlich Bewegung. Nachdem ich schon über einen Massensimulator berichtet hatte, der auf dem PET von Blue Origin in Cape Canaveral aufgerichtet wurde, hat man diese Woche einen New Glenn-Prototypen für Tests der Bodeninfrastruktur auf das PET von LC36 gestellt. Die knapp 100 Meter hohe Rakete soll in der ersten Stufe wiederverwendbar sein und auch den Blue Origin Mondlander im Artemis-Programm befördern. Aktuell plant man mit einem Erststart im Sommer, wobei viele Beobachter aktuell eher von einem Start Anfang 2025 ausgehen. In der ersten Stufe nutzt die New Glenn 7 BE-Vortriebwerke, die ja bereits mit der neuen ULA Vulcan erfolgreich eine Nutzlast in den Orbit gedrückt haben. Und das bringt uns zu den immer wiederkehrenden Gerüchten über den Verkauf von ULA. Dessen Vulcan-Rakete wurde übrigens gleich 38 Mal für Amazon Kuiper Starts gebucht. Der größte kommerzielle Startvertrag der Geschichte. Laut dem für gewöhnlich sehr, sehr gut informierten Eric Berger von Ars Technica soll es immer wahrscheinlicher sein, dass Blue Origin das Joint Venture ULA von Boeing und Lockheed Martin abkauft. Es gibt Spekulationen über einen einstelligen Milliardenbetrag. Ja, ich habe heute wieder in der Überleitungskiste geschlafen. Apropos ULA-Miteigentümer Boeing, der NASA-Hauptauftragnehmer von SLS und ursprünglich mal als Favorit im Commercial Crew-Programm gehandelt, steht nun nach Milliarden Verlusten endlich vor einem Starliner-Erstflug mit Crew dann. Die NASA-Astronauten Butch Wilmer und Sonny Williams werden an Bord des Starliners mit einer Atlas-5-Rakete der United Launch Alliance starten und wenn alles nach Plan verläuft, bis zu zwei Wochen an der ISS docken. Derzeit plant man den Start für Mitte April vom Space Launch Komplex 41 in der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Ich würde ja vor einem Einsteigen mal schauen, ob die Türbolzen verbaut wurden. Apropos Raketenstarts. Letzte Woche hatten wir den Elektron-Start von Neuseeland aus mit der japanischen Weltraumschrottmission von Astroscale, einen Start kommerzieller Kommunikationsathleten HTS 118BT mit einer Falcon 9 von Florida, einen Starlink-Start von Vandenberg, es war der 17. Start und die 17. Landung des eingesetzten Boosters und einen Start einer Langmarsch 5 mit geheimer militärischer Nutzlast für den Geo. Ja, und wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte ein weiterer Starlink-Start von Cape Canaveral erfolgt sein. Dank der Schutzengel werde ich ja sehr wahrscheinlich meinen ersten Raketenstart live vor Ort erleben, aber definitiv für euch vor Ort aus Boca Chica berichten. Hier geht ein ganz, ganz großes Dankeschön von Herzen an alle, die Senkrechtstarter monetär unterstützen. Ohne euch, da wäre der Kanalbetrieb nicht möglich und schon gar nicht solche Projekte wie eine USA-Reise. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Ja, und am Freitag, 1. März, voraussichtlich 6.04 Uhr morgens bei uns, der Q8 Start für die NASA zur ISS. Wenn ihr da Bock drauf habt und das mit mir live zusammen schauen wollt, dann schreibt mir gerne in den Kommentaren. Nächste Woche kommt hier ein exklusiver Kurzbericht zu meinen neuen Teufel-Boxen. Hier noch immer ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Berliner Firma Teufel, die euch heute das Video präsentiert hat. Schönen Link unter meinem Video zu Teufel nutzen, damit Teufel auch sieht, dass Senkrechtstarter und Teufel eine super Kombination sind. Ja, ich hoffe die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Und wir sind da live dabei. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.